Promi-Getümmel bei der Weihnachtsparty des Medienbord Berlin-Brandenburg. Mit dabei zahlreiche bekannte Schauspieler, Berlins regierender Bürgermeister und zwei blonde Damen. Christiane Paul musste die Haarfarbe für einen Film wechseln und sah damit etwas ungewohnt aus. Jenny Elvas kennt man nicht anders als strahlend blond. Sie posierte mit ihrem Freund Steffen. Und bei solch einer Weihnachtsparty liegt die Frage nahe, wie Jenny Elvas wohl das Christfest feiern wird. Also tatsächlich für mich gehört in die Kirche gehen zum Beispiel dazu. Und ich wechsle mich, wenn ich in Deutschland bin, immer mit meiner Mama ab. Entweder wird da gefeiert, das heißt sie kocht oder bei uns, dann heißt ich koche. Und ja, wir machen das wirklich mit richtig so und mit der ganzen Familie zusammen. Da wird laut und schräg gesungen, zu viel gegessen und zu viel hin und her geschenkt, aber trotzdem macht der Spaß. Na dann, bis zum nächsten Film oder zur nächsten Party. Jenny Elvas